So Freunde, es ist soweit und Leute, diesmal waren wir in den Gold-Lobbys unterwegs und eins kann ich euch sagen, manche Leute von denen waren einfach richtig krass gut und gelogen. Aber to be honest, all in all waren die Games in der Regel immer sehr einfach. Es gab natürlich aber auch einige Games, wo wir einfach absolut weggemeldet worden sind oder sind direkt am Anfang schon gestorben, weil wir keine Waffen gefunden haben. Aber all in all sind wir in Gold so dermaßen schnell durchgegangen. Ich glaube, wir haben zwei Stunden gebraucht oder so, dann waren wir Platin, ist jetzt aber auch kein wirklich großes Achievement. Aber Leute, ganz ehrlich, das Video ist echt richtig geil geworden. Es kommt noch in Teil 2. Würde mich mega freuen, weil ein Abo noch Mordelist ist völlig kostenlos und unterstützt mich mega. Und ey, viel Spaß beim Video. Was ist der Real Stuff, ey? Wir hätten die da schild. Nockt. Nockt. Das habe ich ihm gut gegeben. War meine, ja. Nockt. Hast du leichte oder schwere Muni, Neva? Ne, ich habe eine Energy noch. Meine Frauder ist auch leer. Ich habe elf Schuss. Boah, tschüss. Oh, da wurde gescannt. Kommen wir zurück. Das war schon. Hat ein... Einmal fünf Schuss. GG. Hat nichts mehr, so halt chill-cracked. Died. Musst dich kurz alleine lassen. Ich hiel mich jetzt komplett durch. Chill kurz. ich hab den mate gefinished und jetzt zwei der eine ist krank links von dir ist krank nächstes team by the way ich würde dich hier an der stelle er lädt nach er lädt 1000 ja ich konnte nichts machen ich werde gleich richtig sauer alter hab ja noch um ich hier mich jetzt kurz das ist nicht verschwissen oder ich hatte keine munition mehr du hast keine ahnung alter oh mein gott ist grad nicht passiert alter okay ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig das zurückgehen dann können wir ihn da covern also ich würd wirklich töten das an hier hoch ne ja warte ganz kurz geh nach vor mir hab einen knocked einer ist knocked dude come on one is knocked das ist kein scheiß tryhard er hat die ding uns genommen sind wir noch mehr teams ja der letzte von dem spot hier ist weg ist einfach weg gerannt einfach what the fuck digger und da war einfach noch ein neues team dort aber da war alleine ja auch hier keiner ist cracked zwei sind cracked keiner ist da gar nicht wo ich bin nicht ja dude don't die just hold just hold dude chill don't die please das ist genau die gleiche Situation wie vorhin don't die der eine war irgendwie oben auf dem turm glaube ich glaube jetzt sind sie runter gesprungen ja ja die sind unten man ich hab beide gecrackt alter sind wahrscheinlich komplett unten oh knockt der eine cracked knockt schönes ding cracked oh der ist nicht getroffen mhm oh der ist tot aber es war so gut wo wir runter gepusht haben die haben es nicht gemerkt ne da habe ich die lifeline direkt gelasert mit 140 aber die waren gut die sind auch gut gemovt guck mal da da ist er oh der hat kein schild mehr alter der muss der muss muven ne der muss muven der ist da alter der trifft gar nicht so der hittet aber gut alter wuuu die Sonne macht damage die Sonne macht damage ja ja danke ich hab wieder 480 da oben sorry naja ist kein problem naja ist kein problem sind im haus drinnen ja alle alle rote schild sei vorsichtig crack oh hier bei mir hab ihm bisschen was gegeben ich hab keine zeit auf ihn ja hab ihm nochmal 30 gegeben noch 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 hab zwei hab zwei hab zwei digger jetzt nur noch einer am haus die rave ist tot feinde eliminiert ich glaube noch also ein einzelner irgendwo noch direkt unter mir mal bisschen gechokt aber hab ihm auch gut gegeben ich glaube unser weg kriegt es nicht hin na doch der letzte motherfucker er ist oben er ist blau digger er ist er ist der letzte der hinterher ist so mann digger er läuft genau vor mir weg dass ich ihn nicht gehen kann du bist so ein alter er läuft genau vor mir weg dass ich ihn nicht gehen kann ich möchte mir Munition gecraftet 1 ist 1 team finished ich mach mein ist meine ulti 1 team 1 team 1 team 1 team der hat nicht track drauf ich hole ich hole ich hole ihn kurz auf digger ich habe mehrere genockt gut schön komm zu uns wenn du kannst geht nicht ahhhh ach komm der kommt nächste gegner ja das war dumm alter so dumm von mir wie kann man so blöd sein dude can you help us die drohne hab ich nicht ja ich bin dumm reingesprungen ach 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 oh fuck sie ist nicht sie ist nicht ein schuss getroffen schön einer ist nock hier unten ist einer wo wo nock ja den oben ok ich hab da gerade auf dem markt den hier auf ihn hier oben ist einer hab ihm ein bisschen was gegeben nicht viel hab ihm ein bisschen was gegeben bei mir sind zwei bei mir sind zwei drinnen läuft einer hier oh man alter ey nicht nicht sehe cracked knocked hier bei mir bei mir vor mir vor mir die finish mich nicht jaja ich renne schon er will mich einfach nur finishen pusht hier grad jemand crack es ist fast nock überhaupt nur fast auch wieder crack ich hasse fuse so sehr es ist so ein dreckiger buster champion wenn easy holden ne one is cracked ist ne lüge war gar keiner gecracked ok was ich mich gerade frage ist warum ich ich ziehe nicht rot ziehe obwohl ich durch ein gräner CC gucke naja du hast eine höchste range einer ist correct du hast nur eine gewisse range der eine ist rechts und die anderen meinen sind links das ist also wirklich nur noch einer also links alleine einer ist noch vor mir äh hitze schild hitze schild hitze schild und drohner der ist hier der hat auf mich der hat auf mich noch nicht noch nicht jetzt jetzt kannst du na es hebt sie mich auf das war so dumm naja ist egal ist egal hast du drohne danke ja es ist bin so langsam also ja total sehr gut hier drin hier drin hier drin 130 lockt ich sauber ich habe keine syringe mehr gar keine mehr einer knockt aus dem gegner team wo denn da 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 noch keiner Noch einer cracked, knocked Ah, wir haben es Ja, wir haben es Huuu